Moins und hausenbombler Leute und herzlich willkommen zum 22.07. hier zum sechsten shop video von mir und heute finde ich ist ein mega geiler shop büssiger taucher finde ich absolut nice kriegt von mir instant mal zehn punkte finde ich richtig geil auch mit der haiflosse und so was mir nicht so gefällt sind die schuhe also diese flossen aber sonst ist ja nicht mega als nummer zwei ist kleiner mann verpasst natürlich auch gut dazu dass immer noch der back dass er so klein ist kriegt von mir auch zehn punkte habe ich damals schon gefeiert weil ich jetzt auch noch für mich ist eine richtig geile spitzsacke wolken schlag kriegt auch zehn punkte habe ich damals auch schon gefeiert war der erste epische gleiter glaube ich und ja ich finde einfach nur sick mit dem blitzen dann da oben drauf und die farb kommen passt auch so mit dem leuchtenden gelb so dann kommen wir zu wahres herz kriegt auf jeden fall auch zehn punkte direkt mal also ich feier es schnarche ops kriegt neun punkte von mir ich feiere die eigentlich auch ziemlich nicht aber ist jetzt nicht so der skin wo ich sagen würde den würde ich mir jetzt direkt holen schallkreiskiller bekommt sieben punkte von mir ich finde den relativ nice für 1200 aber ist halt auch ziemlich auffällig so mit dem leuchten im dunklen taktischer sparten bekommt auch sieben punkte wegen preis leistungsverhältnis sonst hätte ich dem hätte er jetzt irgendwie 800 gekostet wäre ja irgendwie auch vier punkte gegangen oder so aber für 500 die spitzsacken gehen finde ich alle klar ja am wasser gebaut bekommt acht punkte finde ich relativ nice habe ich auch selbst ja finde ich sieht relativ nice aus und deshalb ist das heute der shop und morgen beziehungsweise dann also morgen ist ja der hier immer noch im shop und dann übermorgen schätze ich mal dass dann die weihnachtsgänze in den shop kommen werden also ich hoffe es aber wissen tut es keiner von uns allen deshalb blende ich jetzt hier noch mal schön den gesamtbetrag ein und es ist einfach wahnsinn es ist ein das ist der beste shop aller zeiten 71 punkte bringt dieser shop ich weiß es kaum zu glauben aber 71 punkte auf jeden fall wenn euch das video gefallen hat könnt ihr einen daumen nach oben da lassen und noch ein abo falls ihr es noch nicht getan habt und ciao